Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mich mit der lieben Nina vom Kanal Ninas Kosmetik zusammengetan. Ihren Kanal findet ihr natürlich in der Infobox. Und zwar haben wir jetzt bei uns überlegt, dass wir euch unsere Top 5 Nagellacke für den Frühling vorstellen. Ja, ich zeige meine liebsten 5 Nagellacke auf meinem Kanal. Und auf ihrem Kanal findet ihr dann ihre liebsten Nagellackfarben für den Frühling. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und schaut auf jeden Fall am Ende des Videos auch nochmal bei der lieben Nina vorbei. Sie wird sich auch sehr drüber freuen. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Also meine Nagellacke haben sich jetzt auf P2 und Essie spezialisiert, weil ich mag diese beiden Marken im Moment am liebsten. Und dementsprechend habe ich mir auch da welche rausgesucht. Ja, als erstes möchte ich euch von P2 ein Volume Gloss vorstellen. Und zwar ist das dieser hier von P2, der Volume Gloss in der Farbe 130 Fresh Sister. Das ist wirklich so ein richtig schönes Mint Blau. Und ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut in den Frühling. Es ist zwar schlicht, aber trotzdem eine richtig tolle Frühlingsfarbe. Dieser hier wird bei mir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder sehr oft auf den Nägeln landen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Als nächstes habe ich noch einen P2 Volume Gloss Lack für euch. Und zwar ist das der hier in der Farbe 300 Pretty President. Und das ist wirklich so ein richtig schönes Schweinchenrosa. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, das ist ein bisschen auffälliger. Aber ich finde auch, diese Farbe passt sehr, sehr gut in den Frühling, weil es einfach eine farbenfrohe Farbe ist. Und ja, auch die habe ich letztes Jahr sehr oft verwendet und wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder sehr oft in Verwendung kommen. Dann habe ich für euch noch drei Essie Nagellacke ausgesucht. Und da fange ich mal an mit dem hellsten. Und zwar ist das dieser hier. Das ist wirklich so ein richtig schönes Nude Weiß. Also das ist kein Weiß, das ist aber auch kein Nude. Das ist so ein schönes Mittelding. In der Farbe Wrap Me Up und ja, ich finde diese Farbe, die tut sich sehr gut auf den Nägeln, weil sie sehr, sehr schlicht aussieht und die Nägel aber sehr gepflegt aussehen lässt. Und das ist jetzt ein Cashmere Matt Nagellack. Und ja, der Name sagt schon, er trocknet matt. Und ja, matt mag ich auch sehr gerne. Deswegen habe ich diesen hier auch noch ausgesucht. Machen wir weiter mit Essie. Und zwar einer meiner Lieblingsfarben und eine knalligere Farbe. Und zwar ist das die Farbe Big Spender und die kennen wahrscheinlich auch sehr viele von euch. Das ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Ich mag diesen Ton sehr, sehr gerne. Das ist wirklich so ein richtig schöner, lilaner, bäriger Ton. Und den habe ich auch schon gut verwendet. Und der wird dieses Jahr im Frühling, auch im Sommer, wieder sehr oft zum Einsatz kommen. Und dann kommen wir auch schon zum fünften Nagellack. Und das ist auch einer von Essie. Und zwar dieser hier. Das ist wirklich ein bekannter Ton. Und zwar Tarte Deko. Den habe ich letztes Jahr auch erst neu für mich entdeckt. Und das ist wirklich eine richtig tolle Frühlingsfarbe. Die ist sehr farbenfroh und ja, ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Und deswegen habe ich mich auch für diese Farbe entschieden, weil ich mag diese Koralltonen, wie ich finde. Und deswegen durfte der in diesem Video auch nicht fehlen, weil das einfach eine richtig schöne Frühlingsfarbe ist. Ja, meine Lieben, das waren meine liebsten 5 Nagellacke für den Frühling. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr gerade erst von Ninas Kanal auf mein Video gestoßen seid, dann heiße ich euch natürlich herzlich willkommen. Fühlt euch auf meinem Kanal wohl. Und an alle, die von mir zu Ninas Kanal wechseln wollen, schaut euch gerne ihr Video an. Und ich hoffe, wir konnten euch dann so ein paar Inspirationen für den Frühling auf den Nägeln bieten. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!